Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier in unserem Format Naturmedizin. Wir haben heute ein ganz, ganz großes Thema aufgegriffen, und zwar das Wort Entgiftung. Wir hören es ja ständig, wir sollten uns entgiften. Und wen fragen wir als erstes, wenn wir mal eine Entgiftung machen möchten oder sollten, aus welchen Gründen auch immer, wir springen zur Apotheke. Ja, Sie müssen heute nicht zur Apotheke springen, wir haben die Apotheke ins Studio geholt. Und wir werden gleich anfragen, mit dem das Thema angehen und schauen, was empfiehlt uns eine Apothekerin, wie wir auch naturkundlich gesehen eine gute Entgiftung machen können. Bleiben Sie dran, es wird spannend. Und da sind wir wieder, und jetzt darf ich Ihnen auch die Apothekerin zeigen, die heute extra angereist ist. Herzlich willkommen, liebe Raffaela Ehrlichmann, schön, dass du da bist. Herzlichen Dank. Lieber Alexander, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Das Thema Entgiftung. Ich glaube, da wird kein Tag gehen, ohne dass jemand kommen wird und ein Entgiftungskonzept haben will. Am liebsten eine Pille reinschlucken und die Entgiftung ist durch. Aber so einfach geht es ja auch nicht. Nein. Was hast denn du grundsätzlich eigentlich gelehrt zum Thema Entgiftung? Schulmedizinisch weiß ich nur, es gibt keine Vergiftung. Es gibt nur Elektrolyte, Mangel oder heute ist sogar Schlacken noch anerkannt worden, ganz neuerdings. Aber was ist die Basis zum Thema Entgiftung? Die Basis zum Thema Entgiftung ist einmal feststellen, wo liegt denn zum Beispiel ein Überschuss vor an bestimmten Schwermetallen? An Aluminium, an Cadmium, an Blei, an Quecksilber, so an diesen Umweltgiften, die vorhanden sind in unserer Nahrung, im Trinken. Die nehmen wir eigentlich täglich auf und akkumulieren die. Das heißt, der Körper schafft es nicht wirklich, die zu entgiften. Dann kommen noch diverse andere Faktoren dazu, die in der Ernährung einfach drinnen sind. Von Fertigprodukten, von Konservierungsmitteln und diversen anderen Stoffen, von Medikamenten und, und, und. Und letztendlich muss die Leber arbeiten und schafft es irgendwann nicht mehr so richtig zu entgiften. Und viele fühlen sich dann einfach müde und schlapp. Und die Leber an sich hat keine Schmerzrezeptoren, die kann nicht sagen, es tut mir weh, sondern sie äußert sich einfach in Müdigkeit zu. Der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit. Und das merken jetzt ganz, ganz viele, dass sie einfach eine große Müdigkeit mit sich rumschleppen und eigentlich nicht wissen, dass das von der Leber kommt. Dieser Satz hatte ich mal gehört von der Ärztin Dr. Petra Wichel. Die hat mal gesagt, der Schmerz der Leber ist die Erschöpfung. Jetzt habe ich es heute zum zweiten Mal gehört zu Herzen. Aber die ganzen Umweltgifte, wie du jetzt gerade so schön gesagt hast, das ist ja eigentlich nicht schulmedizinisch letztendlich heute basic, dass man sagt, ja, wir anerkennen, dass diese Schadstoffe letztendlich sich supplementieren oder anreichen in unserem Körper. Ist das in der Apotheke eigentlich schon das Wissen da, dass man auch darauf achten sollte und auch diese Dinge mal entgiften sollte? Ja, viele kommen und sagen, ich möchte mich gerne im Frühjahr entgiften. Die merken einfach, ich bin müde, der Stoffwechsel funktioniert nicht so richtig. Vielleicht haben sie auch etwas Gewicht zugelegt. Und dann denken sie, ja, ich möchte jetzt meine Entgiftung einfach starten. Frühling ist ein toller Monat, eine tolle Jahreszeit, um das zu tun. Und dann werden wir angefragt, was haben sie denn für Entgiftungskonzepte? Nun, als erstes messen wir dann, wo liegen denn die Bereiche, in welchem Bereich ist denn die Belastung mit Metallen, mit Schwermetallen? Und wie sieht es denn aus mit dem Vitaminhaushalt? Vitamine, zum Beispiel Vitamin C, ist auch dafür bekannt, dass man Push kriegt, wenn man es einnimmt. Man wird einfach aktiver und wacher. Aber auch viele andere Vitamine sind dafür zuständig, dass es uns einfach insgesamt besser geht und wir fitter sind. Du hast vorhin ja das Wert Messung gesagt, was für Belastungen im Körper drin sind. Wie macht man das? Wir verwenden ein optisches Messverfahren ohne Blutanalyse und damit können wir sehr rasch feststellen, wo denn die Belastungen liegen und auch wo die Vitamin- und Mineralstoffmängel liegen. Gibt es noch Leute, wenn du die misst, die keine Umweltbelastungen oder Anreicherungsproblematiken im Körper drin haben? Ich habe noch keinen einzigen gefunden. Das Bild läuft bei allen gleich durch. Ich sehe es nur, wenn ich zum Beispiel eine Innospherese mache, eine Entgiftung, und dann sieht man wieder in diesem Beutel drin, was alles für Schwermetalle da drin sind, die gar nicht reingehören. Also völlig unnatürlich. Und da, 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 das ist einfach nur traurig. Und auch Weichmacher. Ich persönlich habe auch schon eine Innospherese gemacht und habe mich anschließend extrem viel fitter gefühlt und leichter. Und ja, war wirklich ganz eine gute Erfahrung für mich. Gut, jetzt mache ich eine Entgiftung. Also, wie machst du die Entgiftung? Und ich meine, die Leute kommen jetzt nicht nur wegen Entgiftung, sondern manchmal auch wegen Übergewicht zum Abnehmen. Und da ist ja schon wieder ein Problem, wenn ich hier abnehmen will und Fette verliere, dann löse ich ja schon wieder die Giftstoffe aus den Deponien. Und dann geht das ins Blut und ins Hirn und das ist ja eigentlich eine Kaskade, die völlig falsch wäre. Genau. Wie macht man es richtig? Wir empfehlen als ersten Schritt einmal Heilerde einzunehmen. Heilerde, am besten gute Qualität kaufen. Die hat ihren Preis. Also diese Apothekenpreise sind natürlich auch Qualitätspreise. Wenn man sich etwas Gutes tun will, ist es ganz wichtig, auf die Qualität zu achten. Ja, pharmazeutische Wirkung ist nachgewiesen. Ich möchte da vielleicht auch noch ganz, ganz deutlich sagen, ich habe immer wieder auch Professoren hier, die sagen mir, man soll unbedingt nur pharmazeutisches kaufen. Also in der Apotheke, auch zum Beispiel Zeolit, der Professor, ich pochte immer darauf. Weil nur da hat man die Sicherheit und die Gewähr, dass es wirklich funktioniert. Genau. Was hat dich da mal gehört zum Beispiel? Wie heisst dieser Kaktus da? Der Feigenkaktus zum Abnehmen. Ja, was auch immer. Oder Baldrian im Großhandel oder Baldrian in der Apotheke. Das eine wirkt, das andere wirkt nicht. Aber der Ruf geht kaputt vom Baldrian, wenn man es im Großhandel immer wieder kauft und keine Wirkung hat. Dabei hat es eine Wirkung, wenn es richtig gemacht wird. Das habe ich gelernt durch diesen Professor Hans Rausch, der mal hier war und gesagt hat, bitte, 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 macht nicht alles kaputt. Die Wirkstoffe sind in Apotheken da. Und das wollte ich jetzt einfach nochmal sagen. Danke dir für diese Information. Ja, und bei der Heilärsend ist es wichtig, dass sie mikronisiert ist. Da gibt es ganz große Qualitätsunterschiede auch. Manche ist so, dass man das Gefühl hat, man isst Sand und das knirscht zwischen den Zähnen. Das ist dann nicht die gute Qualität. Am besten, sie verwenden welche, die mikronisiert ist. Also ganz, ganz fein vermahlen. Da merkt man nichts zwischen den Zähnen. Wenn man das mit Wasser aufschüttelt, dann gibt es fast wie so eine milchige Suspension. Und das ist eine Riesenoberfläche, die diese mikronisierte Heilerde dann hat. Und hat die Bindungskapazität eben viel aufzunehmen. Viel von diesen Schwermetallen, viel von den Giftstoffen, die in der Nahrung sind oder die vom Körper freigesetzt werden, einfach zu binden und auszuscheiden. Ich weiss nicht mehr noch nicht ganz genau, was Heilerde ist. Ich kenne Kieselerde, wo ich zum Beispiel jeden Morgen schlucke und dachte auch, das entgiftet auch. Aber Heilerde, also ich stelle mir jetzt ein Stück Dreck vor, das mich heilen soll. Nein, nein, das sind Gesteine, die werden fein vermahlen. Die enthalten bestimmte Mineralien und diese Mineralien sind einerseits wichtig für den Körper und andererseits binden die eben Giftstoffe. Man muss aufpassen bei Medikamenten. Wenn man die gleichzeitig einnimmt, bindet die Heilerde auch die Medikamente. Das heisst, da ist ein Zeitabstand von zwei Stunden notwendig, damit die Medikamente auch wirklich richtig wirken können. Wieder ein wichtiger Hinweis, dass man mit einem Arzt absprechen muss oder entsprechend in der Apotheke mit einer zertifizierten Apothekerin, das bespricht, ich nehme Medikamente, darf ich das machen oder nicht? Genau. Gut, also nicht einfach nur reinschießen, das ist ein wichtiger Hinweis, das hatte ich jetzt auch noch nie so gehört. Gut, Heilerde haben wir gehört, eine gute Entgiftung, verstehe ich. Genau, als zweiter Schritt, Darmsanierung. Die Gesundheit liegt im Darm, es ist ein wirklich wichtiges Organ für uns, der Darm nimmt die Nährstoffe auf und versorgt uns täglich mit allem, was wir brauchen. Das Problem ist aber oft, dass bei vielen die Darmbarriere nicht so intakt ist, weil die Bakterienflora nicht optimal ernährt ist, die Zusammensetzung durch Antibiotikatherapien zum Beispiel geschädigt ist oder durch Stress oder einfach durch unseren täglichen Lebenswandel wird die Darmbarriere gestresst und geschädigt und dadurch kommen Bakterien und Mikroorganismen und Stoffe in unseren Blut- und Lymphkreislauf, die eigentlich nicht hineingehören. Dadurch wird alles in die Leber transportiert, die Leber muss das abarbeiten und irgendwann ist die Leber dann einfach in einer Überlastung. Und da ist es wieder hilfreich, Bakterienpräparate einzunehmen, die die Darmbarriere wieder abdichten, abschließen, die Schleimhaut von den Darmzotten optimal stärken und dadurch werden diese Mikroorganismen nicht wieder in das Blut und in die Lymphe eingeschleust und die Leber kann sich entlasten und oft verschwinden dann auch Migräne. Man sagt, Migräne ist eine Erkrankung der Leber, das heißt die Leber ist so überlastet, die schafft es nicht mehr alles auszuscheiden und diese Giftstoffe bleiben dann im Blutkreislauf. Das Hirn hat zwar eine ähnliche Barriere-Schicht wie der Darm auch, dass nicht alles aufgenommen wird, aber bei einer Überlastung wird auch die durchlässig und durch Handystrahlung, durch Mikrowellenstrahlung und so wird diese Barriere geschädigt und es können die Stoffe ins Gehirn transportiert werden und im Gehirn löst das dann diese Migräne aus. Toll. Und wenn man dann die Darmbarriere schließt, wird die Leber entlastet, alles wird entlastet, das Gehirn kann sich wieder regenerieren, die Migräne hört auf, die Leberstörungen hören auf, es geht uns insgesamt eigentlich wesentlich besser. Sind das Kapseln oder in flüssiger Form? Diese Bakteriaufbaupräparate sind in Pulverform, kleine Säckchen schon abgepackt als Tagesdosis, in Wasser auflösen und vor dem Frühstück oder vor dem Zu-Bett-Gehen einmal täglich einzunehmen. Und es gibt auch Produkte mit nachgewiesenen Studien, dass sogar Lebertransplantationen verhindert werden können oder nicht mehr nötig waren dann, weil die Leber sich so intensiv regeneriert hat mit diesen Produkten. Ich hatte mal einen Arzt hier aus Kreuzlingen, einen anthroposophischen Arzt, ich habe ihn mal gefragt, was würde er der ganzen Welt verschreiben, wenn er das könnte? Und dann hat er auch gesagt, Bakterienstämme für den Darm. Völlig überraschende Antwort für mich gewesen. Ich hätte jetzt D3 erwartet oder sowas, aber tatsächlich ein gesunder Darm, ein gesunder Mensch. Genau. Wir sind aber im Thema Entgiftung und du machst jetzt eigentlich hier einen Darmaufbau. Ja, klar, unbedingt wichtig, verstehe ich auch, wenn die Leistung da ist, kann der Darm viel besser über die Leberleistungen verbringen und die letztendlich die Entgiftung forcieren. Genau. Liquid Gart bringt man auch weg. Liquid Gart bringt man auch weg mit den richtigen Bakterienstämmern. Ich vergleiche die Bakterienstämmer immer mit einem Dorf. Ein Dorf hat verschiedene Aufgaben. Da gibt es den Metzger, da gibt es den Bäcker, den Arzt, den Lehrer und so hat jeder seine eigene Aufgabe in diesem Dorf, damit das Dorf funktioniert. Und so ist auch unser Darm. Wir haben circa 600 verschiedene Stämme drinnen und jeder Bakterienstamm hat eine andere Aufgabe. Einer zum Beispiel ist dafür zuständig, dass die Schleimhaut aufgebaut wird im Darm. Die Schleimhaut ist das, was den Darm schützt, sodass nicht alles von innen, vom Darminneren in die Blut- und Lymphdarm kommt. Und wenn diese Bakterien fehlen, dann gibt es ein Liquid Gart. Der Darm wird durchlässig, der Darm lässt alles rein. Nicht nur das, was wir brauchen am Mikronährstoffen, sondern eben auch an Abfallprodukten, an Giftstoffen, an Mikroorganismen. Und wenn wir den Darm damit gezielt stärken, dann stärken wir unser ganzes Immunsystem. Wie lange macht man das? Einen Monat, zwei, drei? Ja, da ist es leider nicht getan. Es kommt darauf an, wie lange die Beschwerden schon bestehen. Es ist sicher mehrere Monate notwendig. Ich hatte eine Mitarbeiterin, die hatte Migräne praktisch jeden zweiten Tag. Und die hat auch diese Bakterienprodukte genommen. Nach neun Monaten war die Migräne so, dass sie nur noch ein bis zwei Migräneanfälle hatte pro Monat. Und das ist für sie ein großes Stück Lebensqualität gewesen. Das war für sie wirklich wertvoll. Aber sie hat das wirklich über längere Zeit eingenommen. Weil es braucht einfach eine gewisse Zeit, bis die Darmbarriere sich wieder regeneriert und dann völlig intakt ist. Ich glaube, bei Migräne auch noch so eine Kausalität gesehen zu haben zum Essen von Brot und Nudeln. Vielleicht stimmt es vielleicht nicht, aber man sollte mal auf das verzichten. Vielleicht ist die Migräne dann noch mehr weg. Ja, die Ernährung ist sicher ein Riesenthema. Vor allem das Gluten, das enthalten ist in diesem Weißmehl und in diesen Mehlsorten. Und unsere heutigen Sorten haben 20 Mal mehr Gluten als noch vor 40, 50 Jahren drinnen. Und Gluten ist für unseren Darm, für viele einfach sehr, sehr problematisch geworden. Und auf dieses Gluten zu verzichten und glutenfreie Mehlsorten zu verwenden, bringt eine wesentliche Entlastung für den Darm. Und das wäre sicher eine gute Barriere, um auch wieder ins Gleichgewicht zu finden. Sind das Standardinformationen, die eine Apotheke einfach immer ihren Gästen, ihren Patienten, Kunden vermittelt? Oder ist das jetzt einfach wirklich gerade dein Steckenpferd? Es ist wirklich mein Steckenpferd. Ich befasse mich schon seit 20 Jahren, seit ich jetzt in den öffentlichen Apotheken bin, mit so alternativen Heilmethoden. Und gerade das Thema Ernährung ist einfach in den letzten Jahren immer präsenter geworden für mich. Und man liest auch immer wieder Gluten und andere Themen, Ernährungsthemen, die sehr wichtig sind. Und darum versuche ich oder gebe ich meinen Kunden das immer mit, dass sie doch einmal versuchen sollten, auf Gluten zu verzichten und auf Milchprodukte. Weil das sind die beiden Allergene, die am häufigsten bei uns jetzt einfach eine Wirkung haben. Also der Verzicht auf Milchprodukte, auf dieses Milcheiweiß, das so allgegenwärtig ist, und der Verzicht auf Gluten bringt schon eine wesentliche Erleichterung für unseren Organismus. Weisst du, ich habe ja die Apotheker immer noch so in Erinnerung wie früher, wo man da wirklich mit der Waage gearbeitet hat und dann diese Schränke mit diesen 2000 Fächern und überall sind so Müssechen drin, kleine Sachen. Das waren richtige Hexer oder Hexinnen, die da gemischt haben, gebraut haben. Aber da war doch so viel naturheilkundliches Wissen da, richtige Schätze. Und genau diese Schätze möchte ich auch gerne wieder ins Fernsehen bringen, bevor das irgendwie letztendlich noch ausstirbt. Aber bleiben wir jetzt beim Thema Entgiftung und gehen in die nächste Kaskade rein. Wie geht es weiter? Heilerde haben wir genommen plus Bakterienstämme. Und das dritte ist zum Beispiel Kurkuma. Kurkuma ist also so eine Modepflanze geworden. Aber wirklich, der Kurkuma hat sehr viele positive Eigenschaften auf unseren Körper. Nicht nur, dass er entzündungshemmend wirkt, er wirkt auch stark entgiftend. Das Thema beim Kurkuma ist immer die Aufnahmefähigkeit vom Körper. Der Kurkuma an sich ist fettlöslich und wird eher schlecht aufgenommen. Wenn man eine Prise Pfeffer dazu gibt, dann steigt schon die Löslichkeit um das 2000-fache. Ach Gott, nein. Das machen so viele falsch. Ja, genau. Oder es gibt auch die Möglichkeit, von liposomal verkapselten Kurkuma das einzunehmen. Das wird dann eingeschlossen wie in so eine Lipidschicht. Und dadurch können unsere Körperzellen das wunderbar aufnehmen. Und da wird die Verfügbarkeit auch um das 150- bis 200-fache erhöht. Und damit kann der Körper diesen Kurkuma nutzen, um zu entgiften. Okay, und als Gewürz könnte ich es auch nehmen? Einfach ein Sessen mit Kurkuma-Würzeln und Pfeffer darüber? Ja, genau. Oder man nimmt standardisierte Kurkuma-Mischungen. Also diese Curries enthalten ja alle Gelbwurzel und haben bereits einen Pfeffer dabei. Und das schmeckt natürlich auch gut. Also die asiatische Küche an und für sich mit diesem Gelbwurzel hat sehr viele positive Eigenschaften und Auswirkungen auf den Körper. Man weiß bei Depressionen zum Beispiel, dass in asiatischen Ländern Depressionen viel, viel weniger auftreten als bei uns. Und man vermutet, dass es da einen Zusammenhang gibt mit der Ernährung, mit dem täglichen Konsum von diesen Gewürzmischungen, die Kurkuma enthalten. Ich hatte letzte Woche einen Kunden da, der hat mir gesagt, das Wort Depression ist das meistgegoogelte Wort der letzten zwei Jahre in Europa. Und da habe ich so, wusch, wirklich, heftig. Du hast vorhin das Wort Kurkuma gemacht. Ich habe hier also einen Shot gefunden. Das ist jetzt aber nicht auf Kurkuma, das ist jetzt ein Ingwer-Shot. Genau. Aber das gibt es ja auch auf Kurkuma. Gibt es auch gemischt mit Kurkuma. Und da sind dann auch diese, da hätte ich auch so einen Schuss Kurkuma mit Pfeffer in der Dosierung drin, die mir gut tun würde für die Entgiftungsforcierung. Ja, der Kurkuma in diesem Produkt ist ohne Pfeffer, aber er wirkt sich sehr positiv auf den Darm auf, weil er entgiftet dann den Darm. Und der Ingwer selber wirkt auch stoffwechselanregend, wirkt antioxidativ, wirkt gegen Entzündungsprozesse und gibt Energie. Und wie so einen kleinen Shot für den Tag, also man hat einfach mehr Energie damit wieder. Okay, gut. Heilerde, Bakterien, Kurkuma. Wie weiter? Zum Beispiel Leberwickel. Das ist etwas, das ist in Vergessenheit geraten, aber für Aromatherapie eignet sich gerade die Unterstützung mit Leberwickeln sehr, sehr gut. Da kann man zum Beispiel den Rosmarin-Verbenon verwenden. Der ist ganz speziell in seiner Zusammensetzung für die Leberentgiftung geeignet. Und dadurch, dass er die Leber entgiftet, wirkt er auch auf die Stimmung, auf Depression beispielsweise, auch auf Migräne sehr, sehr positiv. Und ein Leberwickel, das wissen die Älteren unter uns sicher noch sehr gut, wie das funktioniert. Man kann einen Esslöffel Öl ganz leicht anwärmen, das kann Olivenöl sein, Mandelöl, was auch immer. Ein paar Tropfen von diesem Rosmarinöl dazu mischen. Dann auf ein feuchtwarmes Tuch auftragen, auf die Leber legen, dann gut einwickeln mit einer Bettfläche und dann mit einer halben Stunde, Stunde Ruhezeit dann so richtig die Leber entgiften. Und laut der Organuhr von TCM ist es am besten, das zwischen 1 und 3 Uhr am Nachmittag durchzuführen, wenn so diese Müdigkeit nach dem Mittagessen zum Beispiel auftritt. Einfach sich ein wenig Ruhe gönnen und nochmal zu sich kommen und auch sich mit so einem Leberwickel und seiner Leber etwas Gutes tun. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich jetzt da irgendwie etwas gehört habe, was ich in meiner Kindheit auch mal hatte. Muss ich mal die Regie fragen, da ist nämlich meine Mutter gerade in der Regie. Du, hast du mir nicht auch Leberwickel gemacht früher? Ja, genau. Ha! Tatsächlich? Ich habe das noch so in Erinnerung. Irgendwie war es Wärme und herumgewickelt, warum auch immer. Musst du mir nachher erklären, warum du mir das gemacht hast. Aber ich habe das meinen Kindern nie gemacht. Ich weiß auch nicht, warum, oder? Ich glaube, das sind so Rezepte, die gehen echt verloren. Vergessen, ja genau. Es kommt zwar immer wieder mehr hoch und so altes Wissen wird wieder präsenter und erfreut sich immer größerer Beliebtheit. In der Swiss Mountain Clinic hatte ich es gehabt, mit Schafsgarbe oder sowas, gell? Genau. Auch die Leber und dann der Leberwickel für eine Leberentgiftung. Ja, alles was so bitter ist, entgiftet die Leber wunderbar. Da kann man als pflanzliche Wirkstoffe zum Beispiel Löwenzahn, Artischocke, Schafgarbe geht natürlich auch. Da kann man auch einen Sud zubereiten und das als Leberwickel verwenden. Aber wie innen, so außen, so würde ich auch das natürlich trinken, um von innen die Leber auch auf diese Art zu stärken in ihrer Entgiftungsfähigkeit. Also Löwenzahn trinken? Genau. Hast du das auch? Macht ihr das? Löwenzahn? Ja, gibt es das? Ja, als Wurzel und als Kraut getrocknet. Damit kann man zum Beispiel Tee zubereiten oder man kann es auch in Tinkturen verwenden. Wer lieber gern Tropfen hat zum Einnehmen, die sind schon fertig zubereitet, ist oft die praktischere Form. Da haben wir auch Bitterstoffe oder andere Produkte noch eingearbeitet in so leberstärkende Tinkturen. Also das ist auch so ein Thema, Löwenzahn. Wir wissen viel zu wenig, wir gehen nicht in den Garten und holen das. Wenn ich den Dr. Joachim Mutter hier habe, der geht ständig hier unten in unseren Garten runter und holt sich säckeweise Löwenzahn nach Hause. Und ein amerikanischer, berühmter Arzt, der sagt immer, mit Löwenzahnwurzeln kann er unfassbare Heileffekte erzeugen bei kranken Menschen im Zusammenhang mit Krebs. Ich weiß nicht, ob es eine Wissenschaft gibt, keine Ahnung, aber ich höre das immer wieder und habe keine Ahnung. Also wenn du auch hierüber dann mal reden kannst, über Löwenzahn und Löwenzahnwurzeln, dann müssen wir dieses Wissen verbreiten. Können wir auch im Garten selbst Löwenzahn holen? Hat das auch schon diese Salatanrichtung? Genau, einfach gucken, dass die Wiese nicht gedüngt ist, dass es nicht vom Nachbar ist, der irgendwie gerade mit einem Kuh mist oder sonst was drüber ist, oder chemisch gedüngt oder vielleicht auch irgendwelche Pflanzenschutzmittel. Also da gilt auch wieder die Qualität der Wiese. Es sollte schon was Reines sein, damit wir uns nicht irgendwelche Giftstoffe wieder zuführen. Aber man kann in die Wiese gehen, den Löwenzahn ausstechen, die Wurzeln gut waschen und dann zum Beispiel trocknen lassen. Und dann hat man das ganze Jahr über etwas, mit dem man Tee zubereiten kann. Oder man könnte das auch als Frischpflanzensaft verwenden, zum Beispiel die oberirdischen Teile. Also die frischen Blätter kann man auch in Salat reingeben. Die leichten Bitterstoffe wirken super anregend für unsere Leber. Alles, was bitter ist, macht das Leben süß. Herrlich, super. Gut, also wir haben unfassbare Schätze, die wir noch vermitteln dürfen. Wie geht es in deinem Konzept oder in deinem empfehlenden Konzept weiter mit der Entgiftung? Eventuell noch Mikronährstoffpräparate ergänzen. Zum Beispiel das Cholin ist extrem wichtig für die Leber zum Entgiften. Man kann das als Einzelprodukt zuführen oder auch in einem Gemisch zum Beispiel mit Bitterstoffen. Das ist die optimale Form. Und dieses Cholin verwendet die Leber zum Entgiften. Andererseits braucht auch das Gehirn Cholin für die Herstellung von Acetylcholin, damit unsere Nervenfasern optimal funktionieren. Und man merkt, wenn man das einnimmt, dass man dann mehr Energie hat, dass man leistungsfähiger ist, dass man sich Sachen besser merken kann. Und man sieht wieder den Zusammenhang zwischen Gehirn und Leber. Was ich so höre, ist einfach letztendlich eine Entgiftung, ist nicht einfach Schlucken von einigen Präparaten, sondern es ist wirklich auch eine Umstellung in der Ernährung für diese Zeit, wo man etwas erreichen möchte. Ja, genau. Am besten basische Kost, vegetarisch oder wenn möglich vegan. Dieser vegane Lebensstil hat einfach den Vorteil, dass der Körper viel weniger entgiften muss und dass er Mikronährstoffe erhält, die er braucht. Viel Magnesium, viel Kalzium, viel Begleitstoffe, die in den Pflanzen drinnen sind. Jede Pflanze ist ein Vielstoffgemisch. Und kein chemisches Produkt auf der Welt könnte dieses Vielstoffgemisch in dieser Vielfalt ersetzen oder auch nur annäherungsweise drankommen. Und dieses Vielstoffgemisch von jeder einzelnen Pflanze ist so ungeheuer wertvoll für unseren Körper. Und die Ballaststoffe, die drinnen sind, sind wirklich wertvoll für den Darm, sodass die Darmflora wieder aufgebaut wird. Ja, da staune ich immer wieder. Da hatte ich mal eine Professorin da, die hat mir mal von der dänischen Hagerbutter erzählt, die es ja auch nur in den Apotheken gibt. Und warum diese dänische Hagerbutter so viel stärker wirkt, was ja auch in Doppelblindstudien gemacht wurde gegenüber der normalen Hagerbutter, weil die einfach Umweltbedingungen ausgesetzt ist, die kalt sind, die feucht sind und die muss überleben. Und deshalb hat sie eine ganz andere Zusammensetzungsstruktur, die mehr zum Überlebenskampf wichtig war. Und wenn man so einen Hagerbutter zu sich nimmt, ist es eine ganz andere Qualität als hier. Ich finde, das sind Schätze und das ist ein Wissen dahinter. Es ist einfach nur ein Traum. Wenn man sich jetzt also mit so einem Entgiftungskonzept anfreunden will und das jetzt aber in Ruhe nochmals nachlesen möchte, wie so ein Konzept aussieht, ja, ich glaube, eine Plattform nachzulesen ist sicher interessant, aber ich glaube, hier muss man schon Beratung haben, oder? Unbedingt Beratung. Jeder ist individuell, jeder hat andere Belastungen, jeder hat andere Anforderungen, auch an seinen Tagesrhythmus, an seinen Lebensrhythmus. Deswegen ist es ganz wichtig, sich da hier wirklich beraten zu lassen. Also nicht einfach nur selber schnell Heilerde kaufen und ein bisschen das kaufen und das kaufen, sondern wirklich in eine Apotheke gehen und sich beraten lassen und dann so nach Plan etwas umsetzen. Und wenn es Nebenwirkungen gibt oder Reaktionen nicht erwünscht sind, kann man auch wieder nachfragen bei der Apotheke, ist das normal? Und dann kriegt man beruhigende Informationen dazu. Sehr gut. Danke herzlich. Danke schön. Liebe Raffaela, ehrlich mal einen ganz herzlichen Dank für diese Erläuterungen und fürs Darlegen, dass wir noch viele Gesprächsthemen haben werden. Für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, einfach mal diese Schätze, eben angefangen von Löwenzahn und Bitterstoffen und Wurzeln und so weiter und so fort, das ist etwas, was mich einfach fasziniert, weil ich darüber überhaupt keine Ahnung habe, genauso wenig über einen Leberwickel eine Ahnung habe. Und ich lasse das immer wieder professionell machen, natürlich durch Ärzte, aber dass das sogar meine Mutter für mich gemacht hat. Ich glaube, das sind Wissensschätze, die einfach verloren gehen. Und wir sind gut beraten, uns damit wieder zu beschäftigen und vielleicht unseren Kindern mal einen Leberwickel zu machen oder eben ein Entgiftungskonzept. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ganz herzlichen Dank nochmals, liebe Raffaela Ehrlichmann. Danke, dass du als Apothekerin bei uns bist und uns bereicherst. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und wieder Luege miteinander. Ich wünsche Ihnen alles Gute,